Ja, hallo. Wir freuen uns sehr, heute Herrn Dr. Hans-Martin Hirth begrüßen zu dürfen zum Interview. Er vertritt den Verein Anamed, hat diesen Verein in den letzten Jahrzehnten selbst aufgebaut. Ja, und es ist eine ganz besondere Freude. Wir haben nämlich vor zwei Jahren schon mal seinen Vortrag lauschen dürfen auf dem ethnomotanischen Wochenende, das wir damals organisiert hatten. Und auch die Teilnehmer waren super mäßig begeistert. Denn das ist richtiges Fachwissen, das ist Wissen, was die Menschen anwenden können zum Wohle ihrer eigenen Gesundheit. Und ich halte das wirklich ganz für bahnbrechend und finde es ganz, ganz toll, was der Verein Anamed schon für Menschen gemacht hat, auch wirklich weltweit, muss man wirklich auch sagen. So, und wir hier vom ethnomotanischen Institut, wir befassen uns ja auch mit Heilpflanzen, aber auch eben mit der Lebensweise und dem Lebensgefühl anderer Völker. Genau, es geht weit über Heilpflanzennutzung hinaus, wobei das eben auch ein Teil ist. Vielleicht magst du noch kurz sagen, was wir noch so machen am Ethnobotanischen Institut, also uns gibt es seit 2010. Genau. Genau, wir machen, also sozusagen, es ist immer so die Frage, was ist eigentlich Ethnobotanik? Und das ist ja wirklich so diese Verbindung zwischen Ethnobotanik, also zwischen Ethnologie und der Botanik, also zwischen der Menschenkunde. Und das ist ja wirklich so ein groß umfassendes Wort, also es geht ja wirklich über das Thema Gesundheit, über wie setze ich eine Kultur zusammen, wie ist ihre Weltanschauung, wie fühlen die sich aber auch eingebettet in die Natur, in die Schöpfung und wie gehen die auch um mit Thema Krankheit und Gesundheit, aber auch im zwischenmenschlichen Bereich. Und ich glaube, da hast du ja auch einfach ganz viel Erfahrung, Hans-Martin, wo du ja einfach jahrelang auch in Afrika warst und das tatsächlich nicht nur aus Büchern kennst oder aus dem Fernsehen, sondern wirklich das erlebt hast, wie Menschen da umgehen miteinander, aber auch mit Thema Gesundheit, Krankheit, aber auch wie können sie die natürlichen Ressourcen der Natur auch wirklich für ihr Wohlbefinden einsetzen. Und ich denke, da sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema, ich habe das auch mal gesagt, es gibt, was du erlebt hast im Urwald, mal war ja immer so eine Sehnsucht, es gibt da ganz viele Krankheiten, aber es gibt auch ganz viele Pflanzen dafür. Und vielleicht möchtest du einfach mal ein paar Wörter noch zu dir sagen. Genau, also wir sind übrigens auch Heilpraktiker, vielleicht noch so zum Verständnis, warum wir uns auch so viel interessieren für Pflanzennutzung. Ich bin Heilpraktikerin und Medizinwissenschaftlerin, also Medizinwissenschaft heißt auch, dass man sich für die verschiedensten medizinischen Systeme auf der Welt interessiert. Zumindest, ja, ist das mir ein großes Anliegen. Genau, und mein Mann ist... Heilpraktiker für Psychotherapie, also ich kümmere mich eher um das seelische Wohlbefinden, was da unterstützend wirkt. Genau, und auch um das Thema Trauma, genau. Ja, magst du dir vielleicht auch vorstellen, dass die Menschen wissen, genau, mit wem sie es zu tun haben und vor allem, vielleicht magst du auch schon mal auf deinen Werdegang eingehen, das ist nämlich hochgradig spannend, wie der Patrick schon angedeutet hat. Also vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Hans-Martin Hürth, bin Apotheker, Pillendreher und bin 1951 geboren. Und dann habe ich nach dem Studium dann in Heidelberg mich sehr für Krebs interessiert, bin dann mal ins Krebsforschungszentrum, habe gefragt, ob sie was mit mir anfangen könnten, so als Doktorand. Und das hat dann geklappt. Da war ich dann zweieinhalb Jahre. Und habe anschließend dann mich eigentlich auch für die konventionelle Medizin und Pharmazie sehr interessiert, weil ich dachte, ich brauche beides Wissen. Und war dann Leiter der Herstellung und Analyse für vier Jahre am Kreiskrankenhaus im Kreis Heilbronn. Und habe immer während meiner Zeit beim Krebsforschungszentrum, habe ich so den Blick rüber gehabt nach Ludwigshafen, habe da die großen Schornsteine von BASF gesehen und meine Mäuse vor mir. Und habe gedacht, ja, wie viel Forschung kann ich erreichen, damit dann dieser Schaden, der da entsteht, wieder neutralisiert wird. Und habe dann mich entschlossen, dann eben auch die andere Seite der Medizin kennenzulernen und war dann 1985 bis 1991 im Saire oder im Kongo mit einer Mission in Basel und verantwortlich für 400.000 Leute als Apotheker. Und war dann anschließend bei Brotowelt zwei Jahre lang, um Saire-Projekte zu evaluieren, mit den Leuten zu reden, was kann man mit Geld oder ohne Geld anfangen. Und seitdem haben wir dann diesen Verein Anamed International e.V. gegründet und dann auch noch die Edition, die also dann die Bücher herausgibt zu den Pflanzen. Wir wollten eigentlich nur für Kongo Saire ein französisches Buch schreiben, damit die Leute selber ihre eigenen Rezepte mehr anwenden. Und dann wurde das aber dann doch so interessant auch für andere Völker und andere Länder, dass wir heute, Gott sei Dank, weltweit vertreten sind, eigentlich mit einer Selbstverständlichkeit. Denn wir haben gesagt, natürliche Medizin im Sinne von Natur verbunden, aber auch im Sinne von selbstverständlich, natürlich, selbstverständlich, dass ich eine Pflanze, die vor meiner Haustüre wächst, dass ich die als erstes verwende, bevor ich nach China gehe oder sonst wohin und mich da irgendwo eindecke für viel Geld oder in die Schweiz oder nach Deutschland, sondern ich verwende erst mal diese Pflanzen, die vor meiner Haustür sind. Und das war für mich selbstverständlich nicht der Rede wert, aber anscheinend so revolutionär, dass wir heute dann bis zu eurem Interview jetzt kommen, um darüber zu reden. Vielen Dank. Ja, gerne. Das ist doch wirklich ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das ist ganz vielen Menschen gar nicht bewusst, dass eben wirklich vor der Haustür wächst oder im eigenen Garten, dass wir auch dann achtlos damit umgehen, oder was heißt wir, also wir jetzt vielleicht nicht mehr, weil man ein Bewusstsein dafür hat, aber auch wie du sagst, wie du das auch in Afrika erlebt hast, glaube ich, oder ich selber auch, wo ich im Senegal war, dass teilweise die einheimische Bevölkerung selber auch nicht mehr weiß, wie sie ihre Pflanzen nutzen können, und dass das auch an Stellen wirklich rückläufig ist. Wie können sie ihre einheimischen Pflanzen wirklich gut nutzen für ihre Gesundheit? Also das ist in der Tat ein Riesenproblem. Wir haben ja heute das Thema Übergewicht am allerschlimmsten auf den pazifischen Inseln, wo die Leute von heute auf morgen von der Tradition in die Moderne kamen und alles aufgegeben haben und sich nur noch von Chips und Fisch und Hühnchen ernähren. Und von daher ist es für mich immer interessant, wenn ich auch meine afrikanischen Mitarbeiter auf Seminare in Afrika schicke und sage, das ist ja viel billiger, er macht das selber, bevor ich da hinkomme. Und sie dann sagen, nein, der Weiße hat uns die Tradition genommen, der Weiße muss ich wieder zurückgeben. Ich habe das in Südamerika auch so erlebt, dass die Leute sich sehr geehrt gefühlt und sich sehr gefreut, dass sozusagen eine weiße Frau wie ich mich für ihre Heilpflanzen interessiert. Also das war für sie dann irgendwie was Schönes, dass sie dann so voller Stolz über ihre Pflanzen gesprochen haben, die es halt noch wussten. Und ich habe dort auch erlebt, dass praktisch die Menschen, ja, denen war das auch gar nicht so richtig klar, ob es jetzt irgendwie schlauer ist, die Pflanze zu nutzen oder ob sie genauso gut diese kleine weiße Pille da in der Apotheke für, weiß ich nicht, umgerechnet 50 Cent kaufen können. Das war denen nicht so klar einfach. Das liegt einfach auch am Werdegang. Ja, aber letztendlich, ich meine, für mich war es einfach auch, letztendlich in dieser Pflanze steckt, also in der Artemisia-Anua-Pflanze, speziell auch in dieser von euch verbreiteten Sorte sozusagen, da steckt ja so viel Heilkraft drin. Und ich habe mal einen Fachartikel über diese Pflanze auch geschrieben und da kam ich dabei aus, dass es ja schon Studien gibt, seit dem Anfang, also 1992, 1993 oder sowas in der Art, wurde im Labor eine Antitumor-Wirkung in Zellkulturen entdeckt. Wenn man eben diese Pflanze sozusagen auf Krebszellen tropft, dann bilden die sich zurück. Und für mich ist es echt so eine extreme Sache, dass wir jetzt Jahrzehnte später ja immer noch kein zugelassenes Arzneimittel haben. Und diese Pflanze, die, ich glaube, es gibt über 5.000, ich weiß, die zahlen gerade nicht auswendig, da steht in meinem Fachartikel irgendwie drin, hätte ich mal nachgeschaut, aber es sind auf jeden Fall weit über 5.000 Patente, die diese Pflanze da sozusagen trägt. Und trotzdem gibt es kein Fertigarzneimittel. Ich meine, es ist unglaublich. Für mich ist es dann irgendwie so, dass ich dann denke, ja, lässt tief blicken, liebe Pharmaindustrie, sozusagen. Das ist so ein ähnliches Thema, wie es mich damals in der Schulzeit, in meiner Jugend echt extrem erschüttert hat, als ich erfahren habe, dass man mit dem Geld, was Menschen innerhalb von zwei Jahren für Eiscreme ausgeben, könnte man für alle Menschen auf der Welt sauberes Trinkwasser bereitstellen. So, und seit diesem Zeitpunkt, glaube ich, ist mein Vertrauen sozusagen in die großen Systeme einfach auch ein bisschen gestorben, so kann man vielleicht sagen. Und ich habe einfach gemerkt, ja, es braucht viel kleinteilige Arbeit, es braucht viele Menschen, die an vielen Stellen Gutes tun, und es braucht wirklich auch den Mut und die Eigenverantwortung, sich selbst um seine gesunde Haltung zu kümmern. So, und deswegen machen wir auch das Interview, auch um den Leuten, die hier zugucken, einfach auch wirklich Tipps zu geben, wie sie die Artemisia-Annoa-Pflanze nutzen können, aber natürlich auch gerne wirklich mit Blick in die Welt. Und da würde mich total nochmal interessieren, du hast damals auch so ganz, ganz eindrücklich erzählt, dass so viele Menschen an Malaria sterben, weltweit, jeden einzelnen Tag, und teilweise sogar den Menschen davon abgeraten, dann wird in Afrika zum Beispiel die Artemisia dann zu nutzen, aber zum Glück mit eurem Wissen, mit eurer weltweiten Arbeit, nutzen dann Menschen auch diese Pflanze, das Pflanzenpulver, wenn du es sogar Kindern geben, und dann hat man sogar ein Mittel gegen Malaria. Vielleicht magst du da noch kurz was drüber erzählen. Also, kurz vorher noch zu deinem ersten Bemerkung, dass du als Weißer ganz überraschend aufgenommen wurdest, wenn du über Heilpflanzen sprichst. Jedes Volk hat mit uralten Gesetzen zu kämpfen, und das sind wir mit der Nobel-Food-Verordnung, die überhaupt heute nicht mehr in die Zeit passt, und das sind die Afrikaner mit irgendwelchen Kolonialgesetzen. Das heißt, es ist heute noch verboten, dass ein Heiler in Kenia Knoblauch gegen Absesse empfiehlt. Das ist heute noch verboten. Und aufgrund der Kolonialgesetze, er kann also noch immer ins Gefängnis geworfen werden, nur weil er eine Heilpflanze empfiehlt oder eine Heilpflanze anwendet, weil das seit der Kolonialisierung in Kenia verboten wurde. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir überall, wo wir hinkommen, auch erstmal mit der Regierung sprechen und sagen, Leute, es gibt was Neues, und vergesst mal eure alten Verordnungen und Gesetze, sondern macht was Neues. Und dieses Problem ist natürlich, dass die Regierungen erst sehr oft mit der Pharmaindustrie verkuddelt sind oder auch gerade in Diktaturen die Minister direkt Eigentümer der Pharmaindustrie werden, als Belohnung für ihre Regierungstätigkeit und damit natürlich null Interesse haben. Null, dass die Bevölkerung gesund ist oder dass die Bevölkerung gesund erhalten wird oder dass die Bevölkerung ihre eigenen Heilpflanzen verwendet, weil sie natürlich, wenn ich mit einem Aspirin zu ihnen komme, dann bekommen sie also Importgebühren für dieses Aspirin, sie bekommen die Zulassungsgelder dafür, dass ich das Aspirin dorthin bringe und vertreiben darf und sie bekommen natürlich auch Mehrwertsteuer, dadurch, dass das Aspirin teuer verkauft wird und damit die Mehrwertsteuer wieder an die Regierung fließt. Wenn ich aber hinkomme und sage, Leute, wir haben da eine Pflanze zum Beispiel gegen Malaria, dann zucken die Leute mit der Achsel und sagen, entweder total verboten oder macht, was ihr wollt, aber haltet uns da raus. Wir wollen damit nichts zu tun haben, weil wir vielleicht Probleme mit der WHO bekommen, dann und so weiter. Also man fühlt sich sowohl als Heiler als auch als Missionar oder Entwicklungshelfer immer in eine seltsame Ecke gedrängt, Zauberei und heute in Deutschland nicht wahr. Früher war ich der Kommunist, weil ich bei den Grünen war und wenn ich heute sage, wir müssen unser Volk schützen, dann heißt es wieder, vielleicht ist er ja bei der AfD gelandet oder sonst was. Also man versucht immer, die Naturheilkunde in irgendeine Ecke zu drängen, um sie loszuwerden. Und da bin ich nun sehr froh, dass ich hier nicht als Einzelperson rede, sondern mit einem Verein oder mit Tausenden von Mitarbeitern in aller Welt, die auf dem Gebiet inzwischen da arbeiten. Und von daher, ja, wie du das sagtest, die Pharmaindustrie hat sehr wenig Interesse an der Konkurrenz. Und was mich ganz überrascht hat, was ich noch nie erzählt habe, die Firma Merck nun auf einmal kommt und sagt, ja, wir haben da Fingerhutpräparate, nicht wahr? Digitoxin, Lanitoblanico und so weiter. Und damit machen wir ja kein Geld mehr, das sind alles Arzneimittel. Also sagen wir einfach, wir haben Nachschubprobleme mit Fingerhutkräutern und deswegen machen wir jetzt chemische Medikamente natürlich zum zehnfachen Preis. So wird also einfach selbst innerhalb der Firmen die Naturheilkunde zurückgedrängt, die primitivste Pflanzenheilkunde zurückgedrängt. Und ich habe mit einem Angestellter von Böhringer Mannheim an oder da zumal geredet, der gesagt hat, schau mal, wir wussten schon immer, dass 1200 Pflanzen gegen Malaria werden. 1200 Pflanzen. Aber mein Chef hat gesagt, nein, wir machen ein einziges. Nur dann machen wir Profit. Und das war dann der Kinabaum mit dem Chlorokin und so weiter, was dann auf die Ohren ging. Ich habe mir die Ohren kaputt gemacht mit Kinin. Anstatt, dass man sich eben auf viele, viele Pflanzen mal konzentriert hätte und damit natürlich auch den Malaria-Parasit überrascht hätte. Denn wenn ich einen Parasit mit einer einzigen Waffe zu schlagen versuche, dann wird er natürlich resistent. Das ist einfach. Wenn ich aber mit tausend Pflanzen komme, dann weiß er nicht mehr weiter. Das heißt, dann kann ich wirklich aktiv gegen eine tropische Krankheit wirken. Und deswegen finde ich das so toll, was er macht und finde ich das so aufregend, was wir alles tun, weil wir ja immer mehr Parasiten aus aller Welt bekommen, weil es immer warmer wird, immer mehr Keime, die überschreiten alle Grenzen. Und deswegen müssen wir weltweit die Pflanzen ebenso mit den offenen Armen empfangen und die Pflanzen fragen, was macht er denn so, wogegen wirkt er denn, wie schützt er euch denn gegen die und die und die Krankheit, was können wir von euch profitieren, wie können die Pflanzen uns helfen gegen die und die Krankheiten. Und von daher mein großer Wunsch, dass möglichst viele Politiker das jetzt mitkriegen und sagen, es ist wirklich mörderisch, diese Krankheiten reinzulassen. Die überschreiten alle Grenzen. Die fragen nicht, ob da eine Grenze ist zwischen Europa und Afrika oder sonst was, sondern die kommen einfach. Die Tigermüge, die sind da, die Denkwe ist da, die Leishmanios ist da. Diese Krankheiten sind da. Die Ärzte kennen sich nicht aus. Wie sollen sie das aussehen? Ist ja nicht jeder Hausarzt ein Tropenarzt. Und deswegen brauchen wir jetzt dringend mehr Wissen und vor allem mehr Freiheit für diese Heilpflanzen aus aller Welt. Ja, und das wird dazu einfallen. Das sind ja oft heute einheimische Pflanzen, die ja irgendwann mal Neophyten waren. Also auch eingewanderte Pflanzen, die wir mittlerweile als einheimisch ansehen oder auch die, die jetzt Metallpflanzen auskennen, auch nutzen. Und dann gibt es aber auch jetzt neuere Pflanzen, die als Neophyten gesehen werden, die dann bekämpft werden. Und ich denke, auch da wäre es sinnvoller, mal zu gucken, okay, in deren Ursprungsgebiet, wie werden die da genutzt? Zum Beispiel die Goldrute, ja, die ist eingewandert ganz, ganz viel. Und wahrscheinlich brauchen wir sie halt einfach auch als Heilpflanze, ja, so für die Nierenunterstützung. Genau. Also wir haben zum Beispiel, wenn ich eine neue Krankheit finde, dann überlege ich mir ja, kann ich die irgendwo einordnen? Sagen wir mal zum Beispiel Corona nicht wahr? Corona gab es zum ersten Mal 2004, 2003, 2004. SARS-CoV-1 nannte sich das dann, das Virus. Und man wusste, aha, das ist ein Virus. Also dann schau ich doch mal, ja, welche Pflanzen gibt es denn? Die Pflanzen wehren sich ja auch gegen Viren. Die Artemisabpflanze hier wird von Viren attackiert, also macht es irgendwas. Und dann hat 2005 gab es eine Veröffentlichung, wo es hieß, bei Covid, also bei SARS-CoV-1, gibt es vier Pflanzen. Eine davon ist kultivierbar, das ist die Artemisabpflanze. Das heißt, im Jahr 2005 wusste man schon, es gibt eine Pflanze gegen Corona. Dann kam diese neue Corona-Pandemie dann im Jahr 2019 und alles ist aus allen Wolken gefallen. Und man hat dann im September 2020 eben gesagt, na klar, das ist eine tolle Möglichkeit, hier jetzt die mRNA-Industrie zu unterstützen. Nicht wahr? Und der Minister Spahn hat dann drei mRNA-Industrien unterstützt mit 750 Millionen Euro. Aber Anamed hat nicht einen einzigen Euro bekommen. Oder selbst andere Firmen, die gesagt haben, wir wollen auf traditionelle Weise diese Corona-Impfung aufbauen. Die haben auch nicht einen einzigen Euro bekommen. Das heißt, es ist unendlich weit und unsere medizinische Politik ist unendlich weit weg von der Realität, die wir jetzt dringend brauchen. Das ist tatsächlich so, ja. Ja, von daher ist es gut, dass wir hier sitzen und wirklich mal diese Pflanze näher betrachten und wirklich was die für Qualitäten in sich trägt, um uns die greifbarer zu machen. Ja, also und was ich da jetzt auch noch sagen will, wir reden ja jetzt hier, also auch in deiner Forschungsreise sozusagen, wenn ich das so sagen kann, kamst du ja wirklich bei dieser speziellen Pflanze aus. Also es gibt ja Atemise anua, zum Beispiel auch in der Elbaue in Deutschland gibt es die in bestimmten Sumpfgebieten, natürlicherweise, wo sie vorkommt. So diese Pflanze baue ich jetzt nicht im Garten an bei mir, sondern wir haben uns jetzt auch gerade just bei euch Jungpflanzen bestellt. Ich zeige dir mal kurz. Die kommen ganz liebevoll verpackt an. Hier, also wir haben jetzt hier unsere 14 Jungpflanzen. Ja. Ja, ganz schön. Die kamen gestern mit der Post an. Ich habe sie mal in dem Karton noch gelassen. So und wir bauen dann wirklich unsere Atemisia-Pflanzen an. Die werden auch richtig, richtig hoch. Die werden meistens über zwei Meter. Ja, zwei Meter locker. Und wir haben dann im Oktober meistens, ernten wir sie dann so richtig ordentlich ab. Ja, und zwischendrin können wir sie aber auch die ganze Zeit schon nutzen. So und warum bauen wir jetzt, das ist eine wichtige Frage, glaube ich, die viele Zuschauer auch bewegt, warum bauen wir jetzt nicht die ganz normale Atemisia-Anua an, die jetzt meinetwegen in der Elbaue auch wächst, gibt es ja auch in vielen Gärtnereien zu kaufen, sondern warum kaufen wir jetzt die hier? Und das liegt ja unter anderem am Atemisinien-Gehalt. Aber vielleicht magst du als absoluter Profi das erzählen, weil ich finde das einen sehr wichtigen Unterschied. Ich kenne nämlich auch beide Pflanzen. Ich kenne die eine Atemisia-Anua noch von früher. Die haben wir da auch schon als Tee und Tiktur eingenommen. Und wir sind sehr begeistert seit einigen Jahren, dass wir eben jetzt eure haben. Ja, das ist eine lange Geschichte, aber trotzdem, ich versuche es kurz zu machen. Ich selber habe, wie gesagt, sechs Jahre lang im Urwald gearbeitet und habe Heilpflanzen für viele Krankheiten aufgeschrieben und niedergeschrieben im Buch. Aber gegen Malaria hatten wir nichts, nichts, was wirklich gewirkt hat. Die Leute sind gestorben wie die Fliegen. Und ich war mehrmals fast auch dabei an diesen Sterbefällen und war dann froh, 1996 zum ersten Mal Tabletten vor mir zu sehen, die nennen sich Artesonade, die hervorragend gewirkt haben, die mir selber auch eine schwere Malaria-Erkrankung über Nacht praktisch heilen ließen, was für mich völlig überraschend war. Wir waren dann, es gab zu diesem Zeitpunkt, 1996, null Informationen zu dieser Pflanze. Es gab null Firmen, die irgendwo Samen oder sonst was gehabt hätten. Es gab natürlich zu diesem Zeitpunkt einen immensen Widerstand gegen Heilpflanzen. Aus dieser Zeit rührte die Nobel-Food-Verordnung her, die alles, absolut alles, was dann ab Mai 1997 neu gefunden wurde, praktisch in eine Zublade verschob und so praktisch die weitere Heilforschung ab diesem Jahr auf Eis gelegt hat für Deutschland, aber letztendlich für Europa und die ganze Welt. Ich habe dann mich für diese Tabletten interessiert, habe Tabletten gekauft, die haben mir viel geholfen und ich habe natürlich gesagt, was ist denn in diesen Tabletten drin und habe dann gelernt, ja, das ist Artemisinin. Und diese Artemisinin ist aus einer Pflanze. Interessant, ich habe also dann verschiedene Länder besucht und habe gesagt, habt ihr diese Artemisianua-Pflanze? Und war erstaunt, dass also zum Beispiel in Myanmar diese Pflanze, Artemisianua, völlig anders aussieht, völlig. Ich habe gesagt, das glaube ich nicht, dass es Artemisianua ist, doch, das ist die. Und die sammeln wir und daraus werden dann die Tabletten gemacht. Daraufhin habe ich mich dann an die WHO gewendet und habe persönlich besucht und habe gesagt, Leute, alle meine Forschung, alles, alles, was wir gemacht haben in den letzten zehn Jahren, bekommt ihr gratis von mir. Ich will kein Geld dafür. Es kann alles verwendet werden von der WHO. Und wenn ihr das wollt, wollten sie natürlich nicht, und dann habe ich gesagt, dann gibt es da noch diese Pflanze, Artemisianua. und da müssen wir dran arbeiten. Das ist doch toll, das ist doch klasse. Und dann haben sie gesagt, ja, Herr, wissen Sie, das ist wie bei Äpfeln, es gibt Golden Delicious, es gibt Gala, es gibt, was weiß ich, alles Mögliche. Erstens. Zweitens, verkaufen die Leute als Artemisianua, alles Mögliche. Der eine die Wurzeln, die andere die Stängel, der dritte die Blätter. Das ist wie wenn ich sage, ich brauche eine Kiste Apfel und bekomme dann Brennholz geliefert. Ja, das ist auch Apfel. Natürlich ist das Apfelholz. Aber da steht, diese Kiste enthält zehn Kilogramm Apfel. Ja, und dann hat natürlich die WHO gesagt, bei so einem Chaos können wir nicht mitmachen, weil jeder was anderes liefert. Beim einen sind ätherische Öle drin, beim anderen gar nicht mehr. Ich habe hier sowas hier, braunes Zeugs da, was als Artemisianua verkauft wird. Und wenn ich das dann kritisiere, dann kommt der Hersteller und sagt, nee, nee, das tun wir jetzt eher in grüne Kapseln abpacken, dann sieht es wieder grün aus. Und dann riecht doch gar nichts mehr. Völlig geruchlos. Und dann ist es ja was ganz anderes, als wenn wir da grüne Blätter haben und die ganz viele ätherische Öle haben. So, und so kam das dann natürlich, dass die WHO gesagt hat, Herr Hirth, wenn Sie Artemisianua gegen Rheuma empfehlen oder als Salbe oder so, das war ein Okay, kein Problem. Das haben wir auch dann abgesprochen mit dem Regierungspräsidium in Tübingen und so, dass es also jetzt kein Problem ist, wenn ich aus einer Wildform zum Beispiel eine Artemisasalbe mache. Aber Sie haben gesagt, Herr Hirth, Malaria ist so tödlich. Ich habe heute Kopfweh und morgen Fieber und übermorgen bin ich tot. und wenn ich jetzt eine, wenn Sie jetzt sagen, die Artemisat da aus, irgendwoher aus dem Rheintal oder aus Myanmar oder aus Vietnam, völlig unterschiedliche Pflanzen, die wirken sehr gut gegen Malaria, dann bringen Sie diese Leute um. Weil es ja dann immer irgendwelche Pflanzen darunter sind, die gar nichts enthalten. Also wie beim Beispiel Äpfel, wenn ich dann Brennholz in Kapseln abfülle und sage, das ist Apfel. Das geht ja nicht, das bringt niemand was. Das heißt, Sie haben gesagt, all diese, dass diese Pflanze gegen Malaria wirkt, im einen Land ja, im anderen Land nicht, bei den einen Pflanzen ja, bei den anderen Pflanzen nicht, können wir absolut nicht akzeptieren, da würden wir sie aufs Äußerste attackieren. Und daraufhin war ich dann mit vielen Universitäten in Kontakt und sie haben gesagt, wir haben, wir sind bereit für die Zusammenarbeit mit dir. Viele Universitäten haben, oder einige haben ein bisschen mit Artemisia Anua geforscht, so für ätherische Öle, für Bonbons und was immer. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte, dass diese Pflanze für Malaria verwendet wird, und zwar auf der ganzen Welt. Und dazu brauche ich natürlich eine Pflanze, die definiert ist. Dass ich wirklich, so wie beim Golden Delicious, beim Apfel, ich weiß, das ist wirklich Golden Delicious und nichts anderes. Und dann kann ich erst Forschung machen. Ja. Und so haben wir dann eine Pflanze gewonnen. Und um jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten in Problemen zu kommen, haben wir sie dann halt mit unserem Namen Anamed ergänzt. Anamed oder ganz kurz als Abkürzung A3, damit jeder wusste, erstens, das ist wirklich eine Pflanze mit einem definierten Artemisinin-Gehalt, erstens, und zweitens aber auch, das sind die Blätter, und das sind die Blätter getrocknet, und das sind die Blätter mit einem hohen ätherischen Gehalt, also nicht geruchlos. Das sind grüne Blätter, das ist der Wassergehalt, ist definiert, sodass die Pflanze nicht verschimmelt. Wir haben ganz viele Proben bekommen mit verschimmelten Blättern aus aller Welt. Und dann nochmal, was ganz wichtig, der Beifuß, egal welcher Beifuß, macht natürlich Pollenallergien. Und Pollenallergien haben wir wirklich genügend in Deutschland, nimmt ständig zu. Und deswegen waren wir sehr froh, dass diese Pflanze eben auch sehr spät blüht. Sie blüht nicht im Juni, wie die Wildform, sondern sie blüht halt im November oder im Dezember, wenn hoffentlich dann der Frost kommt, oder wenn ich sie schon lang geerntet habe. Das heißt, wir haben mit Artemis anua anamet eine klare Pflanze, mit einem klaren Wirkstoffgehalt, und noch, wir haben eine Qualität, wir sichern eine Qualität, von der wir sagen können, da kann jede Universität damit forschen und dann auch sagen, das wirkt oder das wirkt nicht, gegen die Pflanze wirkt sie eben gerade nicht oder gegen diese Krankheit wirkt diese Pflanze sehr gut, sagen wir mal, gegen Malaria, gegen diese Krankheit wirkt sie manchmal, zum Beispiel Borrelose, oder gegen diese Krankheit wirkt sie fast gar nicht, sagen wir mal, Parkinsonismus oder so. Ja, und dann auch Krebs, das ist ein großes Thema, Tumorerkrankungen, das ist schon auch ein Gebiet, wo du auch, soweit ich weiß, ein schönes PDF auf eurer Homepage zur Verfügung stellst, im Downloadbereich, dass man wirklich, wirklich versuchen kann, wenn man einen Tumor im Körper hat, auch wirklich mit Artemis anua zu begegnen, weil der Tumor entsteht auch nicht über Nacht und man hat vielleicht, wie du da schreibst, auch wirklich die Möglichkeit, noch diese Pflanze in einer hochdosierten Form eben auszuprobieren. Vielleicht sage ich an dieser Stelle auch, die allerbeste Qualität, also man kann die Pflanze selbst anbauen, aber manchmal ist man in der Situation, dass man spontan auf diese Pflanze zurückgreifen möchte. Also wie gesagt, Jungpflanzen gibt es beim Verein www.anamed.org, www.anamed.org, kann man für 5 Euro das Stück bestellen, das ist wunderbar, die werden riesig groß, pro Pflanze hat man eine immense Ernte, das ist super, kann man auch sogar einen Kübel anbauen, wenn man eine gute Erde hat, gut wässert, so und wenn man aber eben das Teekraut braucht, auf die Schnelle, fertig, ohne dass man jetzt das anbaut, dann kann man das in dieser wunderbaren Qualität bei T-Mana beziehen, www.tmana.com, das wird geschrieben T-E-E-M-A-N-A.com. Ja, also das kann ich sehr empfehlen, weil es auch aus meiner Heilpraktikerpraxis, wie soll ich sagen, wenn Menschen wirklich ein Problem mit, egal, mit irgendeinem Krankheitssymptom und so weiter haben, dann ist es halt schon schön, wenn man eben diese hocheffiziente Pflanze anbinden kann, die teilweise bis zu 20 mal mehr Artemisinin enthält, dann eben als andere Artemisia-Arten, also Artemisia-Arten. Und deswegen kann ich da wirklich nur zu raten, dann eben auch bei T-Mana dann zu bestellen. Genau, macht nämlich einen Riesenunterschied. Genau. Wollte ich nur kurz einfügen. Ich hoffe, ich habe jetzt dich nicht hier von deinem roten Faden abgebracht, aber das war mir wichtig zu sagen, weil viele Leute fragen sich ja dann, okay, woher kann ich die Pflanze nämlich dann auch kriegen? Ja, das ist doch wichtig. Die Pflanze ist so, wie du sagst, das mal zu erklären, dass je nachdem, wo die Pflanze wächst, also je nach Region, schon in einem Land, aber auch nochmal auf der ganzen Welt gesehen, hat natürlich unterschiedliche Voraussetzungen von Boden über Luft, über Sonne, die natürlich dann auch unterschiedliche Inhaltsstoffe und über Jahre oder Jahrzehnte ja auch, die sich dann so entsprechend entwickelt. Genau, und wie du auch gesagt hast, also es gibt halt, klar, dieses Thema Prophylaxe, Gesunderhaltung spielt für mich auch eine immense Rolle, deswegen Wildkräuterkuren im Frühling, Wildkräuter in den Speiseplan einbauen, auf bestimmte Ernährungssachen achten und so weiter, aber wenn man halt ein richtig massives Problem hat, dass man zum Beispiel einen Tumor diagnostiziert bekommen hat oder eine Borreliose hat, dann braucht man eben auch manchmal Pflanzen, die eben sehr, sehr speziell sind, die dann eben aus dem Ausland meinetwegen kommen oder eben das ist ein Spezialwissen, so wie gesagt. Und Wolf-Dieter Stoll hat mal gesagt, man kann in der Regel 90 Prozent der Krankheiten kann man mit den heimischen Heilpflanzen behandeln, so. Man hat ja ein Immunsystem, ja, also man unterstützt das Immunsystem, man unterstützt sich mit bestimmten Pflanzen, so, nur, also die normalen Krankheiten die man halt so kriegt, ja, ob es Grippe ist, mal Durchfall oder was, weiß ich. Aber wenn man eben ein Thema hat, dann muss manchmal auch eben eine hohe effiziente Pflanze her und dann, wenn das alles dann nicht hilft, dann braucht man natürlich auch dann die Medizin, die dann mal was operiert und sowas, ja, aber man kann wirklich, wirklich zu 90 Prozent echt auf Heilpflanzen bauen, wenn man sich auskennt und da gehören eben auch manchmal spezielle Heilpflanzen dazu. Genau, ja, und die Atomise Anno ist einfach ganz wunderbar. Ja, wie ist das denn eigentlich, melden sich da viele Leute auch bei dem mit in Bezug auf Tumorerkrankungen? Ich denke schon, oder? Ja, also die, unsere Philosophie bei Tumorerkrankungen, oder wie kam man überhaupt, überhaupt drauf? Also zunächst mal haben wir uns einfach für Malaria interessiert, haben dann auch diese Broschüre gemacht, sodass es eine klare Monografie ist, dass jeder weiß, was ist denn das genau? Und wir haben dann auch ganz erstaunlich einen Preis von der WHO bekommen, muss man sich vorstellen. Das wäre heute undenkbar. Aber damals im Jahr 2002 waren die so begeistert davon, dass es endlich was gibt. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen gesprungen. Also ich will noch kurz sagen, also soweit ich weiß, ist es dann so weitergegangen, dass ihr wirklich die Leute vor Ort befähigt habt, die Pflanzen anzubauen. Ihr habt dann diese Pflanze, deine Forschungsergebnisse sozusagen dann in die Welt getragen und habt überall vor Ort Vereine gegründet, die dann wiederum ihre Leute vor Ort anleiten, wie man diese Pflanze aussät. Du hattest auch erzählt, das ist eine abgeschnitte Plastikflasche irgendwo in Afrika, irgendwelche Erde rein. Hauptsache, Hauptsache irgendwie die Leute damit versorgen, mit den Jungpflanzen. Irgendwie so. Und das macht ihr weltweit. Immer noch, dass ihr diese ganzen riesen Netzwerke habt, wo ihr die Samen, das Saatgut jedes Jahr hinschickt, oder? Also das machen wir. Und das Besondere bei uns, sagen wir es so, ist, dass wir wirklich bereit sind, mit allen zusammenzuarbeiten. Und das gibt dann ganz seltsame Dinge, zum Beispiel, dass sich die russische Armee für unsere Forschung interessiert, dass die deutsche Militär, Artemisia, bei uns bestellt, gegen Leishmaniose, bei den Bundeswehrsoldaten in Afghanistan, oder die französische Armee gekommen ist, ob sie nicht unsere Forschungen abkaufen kann, sodass dann alles, alle Rechte bei der französischen Armee liegen. Ganz lustig. Oder auch jetzt, in der Zeit, wo wir jetzt seit fünf Jahren höchste Probleme bekommen haben und über 50.000 Euro verloren haben durch Gerichtsprozesturen und Gerichtskosten und angeklagt wurden, bis zum Gehtnichtmehr, hat gleichzeitig die Bundesrepublik Deutschland die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, das ist also eine von der Regierung, beauftragtes oder unterhaltenes Organisation, mit 50.000 Euro die Aussaat von A3 unterstützt im Kongo und bis zum heutigen Tag wird also mit dem Geld der Bundesregierung die Aussaat und Verwendung von A3 im Kongo unterstützt und mit dem Geld der Bundesregierung gleichzeitig werden wir bekämpft. in Deutschland als Verein und so weiter, du in deiner Person, also es war schon schlimm, was du die letzten Jahre erlebt hast oder was ihr als Verein auch erlebt habt, ihr macht so viel Gutes und ich will es auch nochmal wirklich betonen, weil ich das auch selber so besonders finde, also auch an die lieben Zuschauer gerichtet, das ist wirklich, hier sitzt wirklich ein Mensch, Herr Dr. Hans Martin Hirt, ja, er handelt nicht aus persönlichem finanziellem Interesse und das muss man erst mal finden in der heutigen Zeit, wo, ja, muss ja auch in unserer heutigen Welt ganz viel um dieses, ja, höher, schneller, weiter, mehr Geld verdienen, sich ein tolleres Auto kaufen können, toller Wohnen, bla bla bla, so, er macht es wirklich aus, aus Menschenliebe, das finde ich ganz, ganz besonders, weil es kostet wirklich viel Kraft, jeden Tag da weiter zu machen, engagiert zu sein, das zu tun. ich glaube auch, es ist ja wirklich diese Inspiration und auch zu sehen, wirklich wie das hilft und wirkt und geleistet, ich glaube, ist das, was Kraft kostet, eben dieser Gegenwind, der dann auch kommt, sozusagen tatsächlich auch noch eben von offizieller Seite her und einer und gleichzeitig gibt es aber auch von anderen offiziellen Seiten, die das wiederum wollen, also das ist fast schon ein bisschen schizophren, die einen bekämpfen dich und die anderen oder euch und die anderen sagen, ey, was habt ihr da, das ist super, das wollen wir auch haben, weil es hilft. Von der gleichen Regierung, aber das ging schon beim Pfarrer Kneipp so, dass er verurteilt wurde, sieben Goldthaler zu bezahlen, um nicht mehr weiter zu behaupten, es gäbe durch ihn Mittel, damit Arme auch gesund würden und dann anschließend, nachdem er verurteilt wurde, kam der Richter zu ihm und hat gefragt, ob er was gegen Gicht für ihn hätte. Also es ist absolut pervers und falsch, aber wir machen deswegen trotzdem weiter und wir hatten mit Krebs gar nichts am Hut, absolut nichts. Aber dann haben wir Felder angelegt auf der ganzen Welt, natürlich von Malaria-Kranke und dann kamen Aids-Kranke und haben den Tee auch getrunken und dann sage ich, warum trinkt ihr den Tee? und dann haben sie gesagt, ja, da geht es uns besser. Ja, warum geht es euch besser? Ja, weil das antiviral wirkt und Aids ist ja nun durch ein Virus hervorgerufen. Aha, und dann haben sie mir also ganz schreckliche Bilder gezeigt oder auch die Patienten sind gekommen zu unseren Mitarbeitern mit einem Kaposi-Sarkom. Kaposi-Sarkom ist ein Hautkrebs, der also ganz furchtbare Entstellungen am ganzen Körper verursacht und sie haben gesagt, dieser Hautkrebs geht dann natürlich hoffentlich zurück, wenn wir genügend Artemis-Atee trinken. Dann sage ich, ja, wunderbar, okay, freut mich sehr. Und dann kamen Leute und haben gesagt, ja, wirkt er dann auch gegen Brustkrebs? Dann sage ich, ja, also beim besten Wille keine Ahnung, ich weiß nur, dass er bei Hautkrebs wirkt, wenn er mit durch Aids hervorgerufen wird. Und dann kamen halt ein paar Leute rechts und links und haben gesagt, doch, also bei uns hat es auch geholfen, uns hat es sehr gut geholfen. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir bitten alle Onkologen, sich mit uns zusammenzutunen und zu dokumentieren, ob in ihren Praxen irgendwelche Erfolge erzielt werden können durch Artemis-Anoa bei Krebs. Und dann haben wir eben gesehen, ja, bei manchen Patienten Patienten hat es sehr gut gewirkt, bei manchen gar nicht und haben dann eben gesagt, okay, das schreiben wir auch alles auf und versuchen mal zu erklären, wie kommt denn das, dass eine Pflanze, die ja eigentlich nie Krebs hat, nicht mal Viren, Bakterien, Pilze, ist klar, die Artemis ja muss sich wehren gegen Pilze, gegen Bakterien, gegen Viren und deswegen wirkt sie antiviral, antifungal und antibakteriell. Aber ich habe noch nie eine Artemis-Anoa gesehen, die Krebs hätte. Also warum soll sich denn die Pflanze gegen Krebs wehren, wenn es den Feind überhaupt nicht für sie gibt? Und nun haben wir dann überlegt und das Interessante jetzt kam jetzt natürlich, dass die Industrie ja daraus gar kein Medikament gemacht hat, weil sie gar keine Interesse dran hatte, aber auf einmal ging natürlich dann 2019 das Interesse riesig hoch mit dem Thema Krebs, nicht wahr, mit Malaria verdienst du nichts, Malaria ist die Krankheit der Armen, kannst du vergessen, aber Krebs, da lohnt sich's. Und dann hat auf einmal, haben verschiedene Firmen jetzt angefangen, Arzusonade oder Artemisinin Injektionen bei Krebs zu empfehlen, zum hundertfachen Preis, zum hundertfachen Preis, wenn man das mit dem Tee vergleicht, und da hat sich dann das gelohnt. Und der absolute Abschluss finde ich jetzt, in Kentucky, in den USA gibt es ja eine große Tabakindustrie, die Leute rauchen weniger, ja was machen wir jetzt mit den Landwirten, die da gewohnt sind, ihren Tabak einzubauen, ja, die dürfen jetzt Artemis anbauen, und die Tabakindustrie macht dann Arzneimittel draus gegen Krebs, also die Arznei, die Tabakindustrie baut erst Tabak an, damit die Leute Krebs kriegen, und dann baut sie Artemis an, damit die Leute sehr teuer diesen Krebs dann wieder beseitigen können, mit dem Produkt auf ihren gleichen Feldern. Sehr amüsant, aber für die Leute natürlich weniger amüsant, die den Krebs haben, und inzwischen wissen wir, dass es verschieden, das ist jetzt, es bringt den Rahmen, aber im YouTube, das Rote Kreuz der Halbpflanzen, habe ich das ausführlich belegt, dass eben die, dass es verschiedene Mechanismen gibt, mit der man das zu erklären versucht, warum einige Krebskranke gesund werden, beziehungsweise der Krebs bei manchen Patienten einfach einschläft, das heißt, er macht ihn nicht mehr weiter, er wird abgekapselt, und da komme ich dann eben zurück zu meiner Doktorarbeit, bei meiner Doktorarbeit habe ich über Immuntherapeutika die Forschung drei Jahre lang gemacht, und wir haben eben gefunden, dass Aknebakterien, wenn ich also Aknebakterien injiziere, dann eben die Mäuse weniger Krebs bekamen, und in dieser Zeit war eigentlich die Chemo viel interessanter für die Krebspatienten, das heißt, es gab immer starke Krebsmittel, wo die ganzen Haare ausgefallen sind, und so, das verstand man dann als Chemo, und inzwischen zählt zur Chemo eben auch Immuntherapeutika, das sind sehr teure Chemikalien, die nicht besser wirken, als meine Aknebakterien, die ich damals untersucht habe, beziehungsweise nach meiner Ansicht nach nicht besser wirken als Artemisia, weil Artemisia ebenfalls ein Immuntherapeutikum ist, die heutigen Immuntherapeutika, die enden also immer mit Lumab, und dafür, dass ich dann 2,4 Monate länger lebe in meinem Leben, muss ich 100.000 Euro pro Jahr hinlegen, nur für diese Chemikalien, das heißt, die Krebsindustrie ruiniert unsere Krankenkassen mit diesen Beträgen, Immuncheckpoint- Inhibitoren, und es sind nach meiner Ansicht nach völlig unnötig, wenn ich Artemisia Anua habe, was viel, viel billiger ist, und ich hoffe, dass Herr Gesundheitsminister Lauterbach dieses Video auch anschaut, er bekommt von mir gerne 10 Kilogramm Tee gratis, um einen Vergleich zu machen, dass diese extrem teuren Präparate durch ein ganz billiges Präparat, nämlich Artemisia Anua, ersetzt werden können und sehr viel weniger Nebenwirkungen haben als diese Tumortherapeutika. Also das ist jetzt mein Angebot an Universitäten, aber auch an der Gesundheitsminister, endlich mal wieder auf den Boden zurückzukommen und zu sehen, was kann man alles mit einer Pflanze machen. Ja, super. Vielen Dank, ja super. Und die, wenn ich das kurz sagen darf, also die Empfehlung ist ja eigentlich, dass wenn man was Akutes hat, kann man einfach 5 Gramm zum Beispiel von dem getrockneten Tee-Pulver, also eben in dieser guten Anamil-Mil-Qualität, kann man das pro Tag einnehmen, auf vier Portionen verteilt, immer so, ja das sind so vier Teelöffel voll, diese 5 Gramm in der Regel, ja, hochdosiert ist es dann, oder, also wenn man das Pflanzenpulver jetzt nicht irgendwie einnehmen mag, kann man eben den Tee auch eben wie gesagt kochen. Überbrüchst du den wirklich nur mit heißem Wasser oder lässt du den einmal kurz aufkochen? Also ich persönlich mache das inzwischen so, also ich muss aber vorher nochmal zum Thema Krebs was sagen. Also alle Krebspatienten, bitte ruhig bleiben. Wenn jemand sagt, sie haben Krebs, dann bricht die Welt zusammen, nicht wahr, dann denke ich schon, der Tod steht direkt vor meinen Türen. Aber wir haben alle Krebs. Alle Menschen haben Krebs. Warum sage ich das? Jeder Mensch hat 350.000 Mutationen pro Tag. Wenn wir jetzt sagen, jede 100 ist eine Krebszelle, dann haben wir also 3500 Krebszellen. Ihr beide, ich, wir alle, jeder hat 3500 Krebszellen in sich, jeden Tag, allein durch die Weltraumstrahlung, durch die Handystrahlung und so weiter. Und die bekämpfe ich natürlich. Und dadurch bin ich nicht krank. Aber ich habe diese Krebszellen da. Also geht es nur darum, den Krebszellen nicht das Milieu anzubieten, damit sie wachsen können, damit sie mich umbringen können. Und da wäre eine Möglichkeit eben mit Heilpflanschen, jetzt meinen Korber so zu gestalten, dass sich diese Krebszellen nicht wohlfühlen. Jetzt ist es natürlich eigentlich unvorstellbar, dass ein Krebsheilmittel gleichzeitig gegen Erkältungen wirkt, oder ein Erkältungsmittel gleichzeitig gegen Krebs wirkt. Das ist ein Geheimnis, das ist noch heute eigentlich nicht gelüftet. Wenn ich nun in einer Grippezeit mich schützen will, dann nehme ich fünf Gramm, das ist ein gehäufter Teelöffel Pulver, Artemisapulver, rühre dann morgens in der schwarze Kaffee rein, in heißen Kaffee reinrühren und dann auf einen Schlag runtertrinken. Das ist wirklich nicht schlimm. Und abends nehme ich dann das Gleiche nochmal in warmem Tomatensaft, damit ich eben nachts schlafen kann. Die Dosis ist völlig unterschiedlich. Bei manchen Leuten reicht ein Gramm am Tag. Ich habe einen Lungenkrebspatient gehabt, der nimmt 30 Gramm pro Tag über Monate ohne Nebenwirkungen. Ganz erstaunlich, andere Leute haben Nebenwirkungen. In meiner Monografie sagen wir natürlich auch, welche Nebenwirkungen manchmal auftauchen können. Also es gibt nichts zu verbergen. Jede Pflanze hat Wirkungen, jede Pflanze hat Nebenwirkungen, gar kein Problem. Aber wir haben wirklich, sagen wir so, das Verhältnis von Wirkungen zu Nebenwirkungen ist erstaunlich groß. Die therapeutische Breite ist erstaunlich groß. Wenn sich jemand umbringen will, er kann es hundertfache essen von der Pflanze und wird nicht sterben. Das ist unsinnig. Diese Pflanze hat eine unheimliche therapeutische Breite. Und manchmal ist es in Wadi auch nicht unbedingt, das heißt Nebenwirkungen der Pflanze. Das stellt man sich dann immer so vor, als ob die irgendwelche Gifte enthält oder was weiß ich was. Sondern manchmal ist es ja so, dass in unserem Körper dann auf einmal, als Beispiel, ich kenne schon noch ein paar Leute, die kriegen Kopfschmerzen auf Atemisianur-Einnahme. Und da gebe ich dann einfach ein Bindemittel, also in den Darm. Weil ich einfach, das ist ja ein Bittermittel auch. Und da wird auf einmal eben sehr stark Lebergalle angeregt, der Gallenfluss. So, das ist toll für die Leber. Die haut dann, sage ich mal, ihre ganzen Gifte, die sie in den hintersten Micken noch hatte, dann in den Darm. Aber der Darm macht halt diese Rückreserption. Der Darm hat ja die Aufgabe praktisch, speziell aus der Dickdarm wieder alles einzudicken. Und dann kommt eben wieder die Gifte gegebenenfalls auch zurück. Und durch diesen Kreislauf, durch diesen entero-hepatischen Kreislauf, dadurch entstehen aus meiner Sicht manchmal sozusagen Nebenwirkungen. Wenn man aber ein Bindemittel im Darm liegen hat, das dann die Gifte gleich bindet und so leichter ausscheiden lässt, dann tun zum Beispiel auch Kopfschmerzen gegebenenfalls aufhören, die man mit Atomiesanur-Einnahme kriegt. Und wie gesagt, das deutet ja nur darauf hin, dass der Körper eigentlich viel hat, was er gerne loswerden will. Dass quasi so eine Entgiftung eigentlich angesagt wäre. Aber es gibt eben auch immer bei jeder Entgiftung oder bei diesem Lebergalle-Flussanregerei gibt es halt auch manchmal eben dann dieses Thema, dass dann sozusagen auch wieder Gifte mehr ins Blut kommen. Also von daher, genau. Da kann man eben manchmal sogar auch noch da Abhilfe schaffen, dass man es noch besser verträgt. Genau. Ja, das ist eine tolle Sache. Also wir machen das ja auch sogar, wenn wir merken, oh, es kratzt im Hals oder es könnte eine Grippe werden oder ein Schnupfen kommen, dann nehmen wir auch Atomiesanur ein. Genau. Ja. Es lohnt sich, sich mit der Pflanze zu beschäftigen und das ist nicht jedermanns Sache. Ich erinnere mich, als ich in einer Apotheke gearbeitet habe, im Praktikum, kommt eine Frau rein und sagt, ich brauche was gegen Kopfschmerzen, aber was ganz Natürliches, was völlig Natürliches, aber es muss schnell wirken, weil ich stehe nämlich im Parkverbot. Und dann sage ich, Leute, das könnt ihr vergessen. Entweder ihr habt Zeit, sich um eure Krankheit zu kümmern, um eure Gesundung. Aber wenn ihr im Parkverbot steht, dann habt ihr sicher keine Zeit, euch um eure Gesundheit zu kümmern. Also die Zeit muss man wirklich mitbringen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein wesentlicher Faktor, weil ich denke, wenn man das auch ganzheitlich sieht, oder ich finde das ja auch spannend, auch die Miesanur hat ja auch wirklich so eine entzündungshemmende Wirkung. Und auch aus einer neurobiologischen Sicht weiß man ja heutzutage, dass die meisten Menschen ein dysreguliertes Nervensystem haben, oder das heißt, dann stellen einfach zu viel Stress im System. Und da ist ja auch die Adrenalin und Insulin das Hintergegenspieler. Und es gibt mittlerweile auch eine Studie, dass schon die Zweijährigen, sind 16 Prozent in Deutschland, haben einen erhöhten Cortisol-Spiegel. Von den zweijährigen Kindern. Ja, und das ist wirklich, Diabetes, glaube ich, sind 10 Prozent. Das ist eine Volkskrankheit. Und 16 Prozent der Zweijährigen haben schon. Und darüber wird nicht gesprochen. Wirklich, dass wir zu viel Stress, zu viel als Menschen in diesem Dauern tun oder besser werden, also eigentlich auch viele Menschen am Überleben sind, müssen irgendwie arbeiten und gucken, irgendwie über die Runden zu kommen. Und das macht ja auch Stress. Und da hängt auch damit zusammen, wirklich, wie lebe ich? Wie richte ich mir mein Leben ein? Wie du sagst, dass auch wieder mal Zeit ist, zu sein oder auch mit mir selber zu sein. Und was ist das, was mir Stress macht? Und was belastet mich? Also auf einmal, dass wir auch haben, wirklich so diese Entgiftung, dass wir Altes in uns eingelagert haben. Und wir sehen das ja wirklich so ganzheitlich. So, wir haben seelische Altlasten in uns tragen oder Abfälle, die irgendwo modern, vor sich hin modern. Nur wenn ich die hervorholen will, brauche ich wirklich Zeit. Nur wenn ich so viel Stress habe, dass ich muss irgendwie acht Stunden am Tag arbeiten und Haushalt und vielleicht Kinder, was ja viele Menschen haben, habe ich, fehlt die Zeit. Und das, denke ich auch, ist wirklich ein gesellschaftliches und in unserer Kultur ein Problem, dass immer mehr in so einen innerlichen Stress auch kommen. Du wirst viel Arbeit bekommen jetzt, weil jetzt wird Cannabis freigesetzt und dann gibt es viel mehr Psychosen und viel mehr Schizophrenien und die können dann alle zu dir kommen und du kannst sie versuchen, wieder loszukriegen. Ja, oder auch, ich kenne aber auch Leute aus meiner, damals in meiner Studentenzeit, viele, die die Malaria-Prophylaxe genommen haben, die chemische Malaria-Prophylaxe, die kann ja auch wirklich zu, wirklich, ja, zu psychischen Problemen führen. Also das ist jetzt so ein Gift, was man da nimmt. Ganz klar. Wir haben Flugpiloten gehabt in Papua-Neuguinea, die gezwungen wurden, im Auftrag der Pharmaindustrie Larium einzunehmen gegen Malaria und die haben sich bei mir beschwert, dass wenn sie landen im Urwald, dann sehen sie zwei Flugpisten gleichzeitig, rechts und links und wissen nicht, ob wir hier landen sollen. Oh je, das ist natürlich vielleicht, ja, ganz schön. Die haben wir dann auf Artemisia angestellt, damit sie von ihren Psychosen frei wurden. Ja, und ist das auch eine Form, wo du sagst, wenn du jetzt nach Afrika fährst, nimmst du dann auch einfach getrocknetes Artemisia-Anon-Pulver mit und nimmst dann jeden Tag deine, weiß ich nicht, fünf Gramm oder so als Malaria-Prophylaxe. Ja, das ist richtig, aber ich habe ein Problem. Ich habe letztes Mal, als ich in Kamerun war, habe ich drei Kilogramm mitgenommen, damit es für mich reicht und für die vielen Seminarteilnehmer, die natürlich auch alle Malaria-krank sind und auch alle das trinken wollen. Und dann kam schon am ersten Abend ein Prater zu mir und sagte, ist das nicht gut gegen Prostatakrebs? Dann sage ich, ja, probieren könntest du es immer. Dann sagt er, ja, die drei Kilogramm kauft du mir sofort ab. Und ich habe also meine drei Kilogramm schon losgeworden und dann hatte ich noch 100 Gramm dabei und im Flugzeug habe ich das meinen Nachbarn erzählt, dass ich da mit Artemisia arbeite und 100 Gramm dabei habe. Und dann haben sich die Leute im Flugzeug um mich herum gescharrt, ob sie nicht die 100 Gramm bei mir abkaufen können. Da habe ich gesagt, das war eigentlich nicht meine Absicht, jetzt hier eine Apothek im Flugzeug aufzumachen, um Artemisia zu verkaufen. Also es hat sich derart in Malaria-geplagten Ländern so herumgesprochen, dass wenn ich mit meinem T-Shirt irgendwo auftauche, die Leute schon auf mich zukommen und sagen, oh, haben Sie Samen dabei? Und das Leute sagen, wir wollen kein Geld mehr, wir wollen die Artemisia-Samen jetzt in Afrika, damit wir das selber anbauen können. Und das geben wir dann in ganz Afrika, in allen Drogen, geben wir diese Samen nur dort gratis hervor, sodass diese Leute sich dann behandeln können. Aber eben nicht nur, sondern sie müssen das eigentlich als Flaggschiff sehen, um noch mehr Pflanzen, um sich noch vor mehr Pflanzen zu interessieren, dass dieser Widerstand aufgeweicht wird. Und dass selbst Leute von der Regierung sagen, ja, ich nehme selber Artemisia, ich kann das doch nicht verbieten, wenn ich selber darauf angewiesen bin. Und deswegen, ich habe hier ein Bild von Mozambique, wo wir zum ersten Mal Artemisia eingebaut haben und wo man dann sieht, ja, die Pflanze wird also wirklich da drei Meter groß, ist ja fantastisch. Und die Leute sind wirklich stolz darauf und sagen, aha, jetzt haben wir etwas, gerade weil es die WHO bekämpft, gerade weil es die WHO bekämpft, muss es besonders wirksam sein und so ist es dann auch. Ja, das ist doch in der Hinsicht, dann sind die Leute schon sehr weise, wenn sie das schon überstanden haben, dass sie sich selbst kümmern und ja, und das ist so toll, was sie da macht, wirklich sehr, sehr unterstützenswert. Genau, also wunderbar. Ja, das glaube ich wirklich so wichtig, dass möglichst viele Menschen sehen, dass wir wirklich diese Kraft der Natur wieder ein bisschen mehr zurück, wie es auch heißt zur Natürlichkeit oder das, was uns wesensgemäß ist und nicht immer mehr weg in Technologie oder Manipulation, sondern ich glaube wirklich so, dass die Welt, in der wir leben, ist ja wirklich, wenn man so will, Gott gegeben auf eine Art und die ist an sich perfekt, nur wir haben verloren, mit ihr zu sein und wirklich die, dass wir ein Teil davon sind und uns da wieder zurück ein bisschen einzubetten, wie es so schön heißt, den Schoß von Mutter Natur ein bisschen fallen zu lassen oder zurück zu begeben und ja, der Tod gehört zum Leben dazu, auch Erkrankungen gibt es immer wieder, nur es braucht eben auch manchmal, das glaube ich, sind ja auch dann, ist manchmal ein blödes Wort, eine Chance, dass man sagt, okay, ich besinne mich mal wieder auf mein Wesen zurück oder auf das Wesen der Natur und zwar wieder. Ja und was es auch für Pflanzen gibt, einfach da auch wieder, also es gibt so wunderbare Pflanzen auch wirklich weltweit gesehen, es gibt so tolle Pflanzen, nicht eine andere, die wirklich gegen die Fettleber hilft, wenn man einen Jahr diesen Tee trinkt, in Chanka Petra, dann bildet sich die Fettleber zurück, das ist ein Problem oder auch selbst die Goldrute, die kann dermaßen diese Nierenzellen wieder auf eine Art heilen, was die Schulmedizin einfach nicht kann, es gibt da so tolle Sachen wirklich und was mich halt noch interessieren würde und die Frage, die ich nämlich öfter kriege, hilft eigentlich jetzt Artemisia Annua auch gegen Autoimmunerkrankungen, das Spikulitis ulcerosa, weil sie so entzündungshemmend ist, meine ich jetzt in der Hinsicht auch, gibt es da Erfahrungen? Also, es gibt Erfahrungen, ja doch, natürlich, vor allem bei Fibromyalgie, also bei Muskelweichteil-Rheumatismus, wir haben bei rheumatischen Erkrankungen einige Erfolge, wo uns ganz erstaunen, dann übrigens akzeptiert die WHO auch Lupus, also Leute, die vollkommen rotes Gesicht haben, ständig mit dem roten Gesicht rumlaufen, wissen nicht warum, hat jetzt eine Leukämie-Patientin, die gesagt hat, also Leukämie ist nicht besser geworden, aber mein rotes Gesicht ist völlig verschwunden, das ist schön, die, wir haben auch bei der Leukämie zum Beispiel, haben wir auch viele Erfolge, wobei die Leute dann sagen, das verstehe ich gar nicht, weil die Artemisia Annua ja die weißen Blutkorbin hochbringt, nicht wahr, und bei der Leukämie sind die sowieso schon hoch, dann muss die doch schlimmer werden, aber ich sage, Leute, das ist vollkommen anders, sondern das ist wie ein Militär, im Militär gibt es Kavallerie und Infanterie und so weiter und wenn jetzt eine Abteilung Unsinn macht, also Krebs hervorruft zum Beispiel, dann müssen halt die anderen Abteilungen zunehmen, das heißt, es kann also sein, dass ich bei einer Leukämie durch Artemisia nochmal mehr weiße Blutkorbin im Blut habe, aber mich sehr viel besser fühle und der Krebs zurückgeht. Ja, ja. Also von daher ist es sehr wichtig, dass ein Arzt sich da reinkniet und von daher haben wir jetzt ein weites Spektrum von Rückmeldungen, es ist wie gesagt, nicht wir, die da Werbung machen, sondern die Leute kommen zu uns und sagen, es hat aber auch da und da und da gewirkt und wenn ich das nur mal geschwind vielleicht ein paar Krankheiten erwähnen darf hier, wir haben den AIDS-Patienten da auf jeden Fall, wir haben die Bilharziose, wir haben die Babesia, die Borreliose, Bronchitis, Candida, Chikungunya, nochmal eine neue Tropenkrankheit, viele Darmbeschwerden, Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn, Divertikulitis, dann Darmwürmer, Artemisia heißt ja Wormwood, also Wurmholz, manche Leute sind erstaunt, wie viele Madenwürmer sie haben, wenn sie Artemisia-Kur machen, dann Denkwe, dann haben wir Erkältungen, natürlich haben wir Ritten, Leishmaniose, Lupus, Neurodermitis, Psoriasis, ganz wichtig, Psoriasis mit der selbstgemachten Artemisia-Salve, die kann man also selber machen, dann die Artemisia-Salve und macht T-Kur plus noch Artemisia-Salve äußerlich und dann habe ich noch was ganz durchsichtiges, das sind die Entwöhnungskuren, wir hatten auf einer Missionsstation eine Frau, die war nikotinabhängig, musste also immer, der ganze Tag ging es so und dann durfte sie aber auf der Missionsstation keinen Tabak mehr einkaufen, dann hat sie halt getrockenete Artemisia-Pflanzblätter in Papier angewickelt und hat drei Tage lang Artemisia geraucht und am vierten Tag hat sie keinen Spaß mehr gemacht und sie war damit entwöhnt. Aber auch bei Cannabis oder bei anderen Abhängigkeiten geben wir Artemisia, es belegt die gleichen Rezeptoren, ohne süchtig zu machen und damit vermeiden wir einen Cold Turkey, also eine starke Entwöhnungsreaktion und können also doch einige Drogenabhängige dann mit Artemisia Drogen frei machen, aber wie du gesagt hast, das gehört halt immer in ein religiöses Fundament hinein, in eine weltanschauliche Fundament, weil wenn der Drogenabhängige sagt, warum soll ich den Drogen frei werden, wozu dient mein Leben überhaupt, dass ich ihm sage, ja Gott liebt dich und deswegen bist du ein Kind Gottes und deswegen brauchen wir dich in unserer Arbeit, damit du nicht Drogenabhängig wirst. Von daher macht es auch da viel Spaß mit ganz verschiedenen Kirchen und Glaubensgemeinschaften zusammenzuarbeiten. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein wichtiger Punkt auch noch zum Thema im Gesunde wirklich Sinn und Glaube und so, dass ein Mensch, das auch wieder in sich fühlen kann, weil das ist oft, also mein Fachgebiet ist an der Stelle ja auch die Traumatherapie und Traumaforschung und was aber mit dem Körper aus neurobiologischer Sicht, was das für Auswirkungen hat, aber mit dieser Stressachse und dass wir absolut soziale Wesen sind und einerseits wirklich auch menschlichen Kontakt brauchen und wir brauchen Zeit für Miteinander, wir brauchen Berührung und wir brauchen aber auch einen Raum, wo Schmerz sein darf, also das Problem ist ja auch oft oder wo Menschen Ängste haben oder innere Gefühle, die sich schlecht halten können oder verdrängt sind, aber dafür brauche ich erstmal einen äußeren Rahmen, der mir Halt gibt, weil das ist auch etwas, was an vielen Stellen heutzutage fehlt, also ich weiß immer, wenn ich auf der Welt unterwegs war, da siehst du selten Menschen alleine, da ist noch mehr wirklich dieses Gruppen, Zusammensein und wirklich auch an Stellen wirklich füreinander da sein, dass der Schmerz gesehen werden kann und das war auch zum Beispiel aus der posttraumatischen Belastungsforschung gibt es auch so diese Erkenntnisse glaube ich so mit Veteranen aus dem Schleswig-Hör-Zweiter- Weltkrieg oder Vietnamkrieg glaube ich war es, haben die dann festgestellt in Amerika, da hat diese Forschung eigentlich begonnen, dass Menschen sagen wir mal aus der weißen Bevölkerung viel öfter eine PTBS entwickelt haben als Menschen aus der indigenen Bevölkerung und da haben die einfach festgestellt einerseits die haben schon ganz andere Bindungen zu ihrem Volk oder Stamm oder Familie und da war aber auch so da durfte der Schmerz sein also das war nicht, dass sie zurück in unsere Gesellschaft und alle wollten davon nichts wissen was die im Krieg für Schreckliches erlebt haben die wollten nichts mit dem Schmerz mit dem seelischen Schmerz zu tun haben dass das betrauert oder beweint oder irgendwo einen Raum kriegt und bei der indigenen Bevölkerung durfte das sein die durfte mit ihrem Schmerz da sein und dadurch konnte das dann heilen und es mussten keine Symptome entstehen oder Symptome entwickelt werden und das ist auch das was man aus der Tierwelt kennt wenn die auch Stress haben und Flucht oder Kampf Mechanismus hat sicher gewirkt dann schütteln die sich danach da wird der restliche Stress abgebaut die schreien noch und dann sind die aber wieder sozusagen im grünen Bereich und die entwickeln keine Symptome und dadurch können die weiter auch leben nur wir Menschen haben oft dafür keinen Raum dass wir wieder können damit sein mit dem Schmerz also den wir vielleicht auch erlebt haben den an jeder jahren Stellen auch erlebt hat vielleicht auch an Stellen gar nicht mehr bewusst das Nervensystem zeigt das ist ja das wenn du so viel Stress im System hat da kann man ja gucken und Herzraten Variabilität oder viele chronische Erkrankungen weißer mittlerweile hängen mit einem desregulierten Stresssystem zusammen und das führt wiederum auch zu Übersäuerung genau ja und deswegen erleben wir in unserer Arbeit ganz viel auch dass wir Menschen wieder zurück zur Natur sich wenden ob sie das mit essbaren Wildkräutern im Frühling oder auch eben sich für Heilpflanzen interessieren das hat schon auch mit so einem inneren Ruf zu tun dass Menschen wieder zu einer natürlicheren Lebensweise zurückfinden wollen und einfach auch wieder ja wie soll ich sagen sich selbst auch wieder dass man sich selbst in seiner eigenen Natürlichkeit irgendwie besser wieder wahrnimmt was man wirklich braucht welche Bedürfnisse man hat und deswegen ist zum Beispiel auch finde ich das Gärtnern auf den Anfang dass man wirklich Pflanzen anbaut ich weiß noch in meiner Studentenzeit selbst habe ich auf der Fensterbank meine Zucchini-Pflanzen ausgesät und mich an diesem Wachstum erfreut und ich finde auch ich freue mich jetzt auch schon die Artemisia-Anua-Pflanzen einzutopfen und wirklich ja das ist schön das ist schön dieses Wachstum zu beobachten deswegen kann ich einfach allen auch wirklich nur empfehlen sich selbst mal so eine Artemisia-Anua-Pflanze zu bestellen und wirklich die Pflanze anhand dieses lebendigen Wesens dann auch irgendwie kennenzulernen und die Heilkraft selbst zu erproben und wer da noch Infos braucht wir haben auf unserer Homepage www.ethnobotanisches bindestrichinstitut.de da haben wir auch einfach so einen kleinen Minikurs den man sich anfordern kann so einen halbstündigen Kurs wo ich über die Artemisia-Anua-Pflanze auch erzähle und auch bestimmte Anwendungen oder auch wie man die dosiert und wie man eine Tiktur herstellt da draus und so das erzähle ich dann in dem Minikurs oder auch wie man eben gegebenenfalls für ein Bindemittel im Darm sorgt dass man gegebenenfalls da auch Gifte noch einfangen kann die freigesetzt werden durch die Leberanregung und so genau du hast ja auch von diesem Fachartikel gesprochen ach so ja genau und auf unserem Blog genau in unserem Blog-Bereich vom Ethnobotanischen Institut wir haben auch einen Blog findet man auf der Homepage und da gibt es einen Link direkt zu diesem Fachartikel über Artemisia-Anua genau ja und wenn ihr eben wie gesagt das Pulver direkt fertig wollt oder diese tollen Salben oder so bei themana.com schauen dann einfach auch wunderbar so wenn einfach mal ausprobieren und gucken wie wirkt es ist einfach sehr empfehlenswert ja und wer noch weitere Infos braucht den ganzen Download-Bereich von annamed.org da steckt so viel geballtes Wissen wo man sich kostenlos wirklich als PDF runterladen kann genau aber wer auch den Verein vielleicht einfach fördern will auch immer sehr gerne das ist wirklich gut investiertes Spendengeld wenn man den Annamed-Verein unterstützt genau vielen Dank lieb von euch ja dann vielen Dank für das tolle Interview vielen Dank für deine also ich finde auch eh deine Geschichte oder auch wie du so wie das Leben also du hast halt einfach diese Bausteine die im Leben die vor die Füße gerollt sind hast du auch echt immer wieder zum Anlass genommen weiterzugehen und weiterzugehen hast da keine Mühen gescheut keine also wirklich kein Engagement gescheut dich mit den verschiedensten Stellen in Verbindung zu setzen und immer weiterzumachen finde ich ganz ganz toll also meine absolute Hochachtung dafür und ja ja bist so ein lebendes Beispiel für das gelebte Leben also nicht was das Zustand ist oder gelebte Menschen lieber auch wirklich sehr sehr schön freut uns wirklich sehr also vielen vielen Dank für das tolle Interview vielen Dank euch und ich muss euch immer muss das immer widersprechen und sagen ich mache ich mache es aus reinem Egoismus denn ich habe so viele Krankheiten gehabt und so viel so oft wurden diese Krankheiten geheilt mit dem Wissen was ich aus dem Urwald bekommen habe dass ich sage schon aus reinem Egoismus aus reinem Egoismus hat sich die Arbeit gelohnt aber natürlich hat es sich noch mehr gelohnt wenn immer mehr Leute aus reinem Egoismus auch an diesen Pflanzen interessiert sind und dann aus reinem Egoismus weil das nämlich toll ist in einer Gemeinschaft zu leben und die Verbindung mit der Gemeinschaft zu haben auch das ist Egoismus dann Gemeinschaften zu gründen und zu sagen Leute ich fühle mich wohl bei euch und ich will dass ihr euch auch bei uns wohl fühlt und so haben wir eben dann immer mehr Gruppen und Kreise auf der ganzen Welt die sich da wohlfühlen und ich muss sagen wir haben dann einen AIDS-Korps gehabt von AIDS-Patienten und die waren zehnmal fröhlicher als wir alle HIV-Negative und die haben dann gesagt wir sind positiv ihr seid nur negativ deswegen für uns auch meine Bitte an alle seien wir positiv in die Zukunft und arbeiten wir positiv am Klimawandel und an allen Herausforderungen arbeiten wir positiv weiter und dafür möchte ich euch als Mitarbeiter ganz herzlich danken danke danke wir haben uns sehr gefreut also vielen Dank dir alles Gute euch und auch an die Zuschauer vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht dann bis ein andermal ja tschüss 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 tschüss